Wie sieht es im wirtschaftlichen, immobilen Sektor aus? Droht jetzt nach dem Boom eine Blase? Nein, eine Blase droht nicht im Moment und es wird auch mit grösster Aufmerksamkeit verhindert, dass es zur Blase kommen kann. Wir wissen um das Risiko, aber das Risiko ist im Griff. Immer mehr Leute informieren sich über das Internet. Haben da Messen wie die SwissBau überhaupt eine Chance? Ja, die Messe hat weiterhin eine Chance, denn es ist die Begegnung Mensch-Mensch, die absolut zentral ist und das können Sie mit keinem Internet und nie in der Zukunft ersetzen. Und es soll vor allem nicht ersetzt werden wollen. Die Begegnung Mensch-Mensch ist entscheidend.